Hallo liebe Leute, ich weiß, ich habe eine ganze Weile nichts mehr gemacht, aber ich habe mir gedacht, ich habe mir hier so ein schönes Spiel gekauft, dass es gerade im Steam Sale ist, und schauen wir doch mal ein bisschen da rein, das nennt sich Tower of Guns, wie ihr so schön groß schon sehen könnt. Ich habe jetzt einen Run gemacht, das seht ihr hier an dem Win-Death-Ratio, ich bin schon einmal gestorben und dann ist alle Run zu Ende. Und machen wir nochmal einen neuen, also ich habe jetzt mit dem Portable Pizza Thrower, der gar keine Pizza ist, sondern Sägeblätter verschießt, gespielt, und dem wir nehmen das hier. Und Immune to 4 damage denke ich ist auch ganz cool, deswegen go. Ist immer mal ein bisschen random generated, und man kann Loot finden und muss Gegnersachen ausweichen, äh, boah, und spielt sich ziemlich schnell. Äh, und zumindest zurück, auf die ich überhaupt nicht, äh, freigehen werde, weil mir das irgendwie zu dumm ist. So, plopp, boom. Lassen wir uns mal einsammeln, damit man hier Weapon Level abkriegt. So, diese blauen Bällchen, die erhöhen das Waffen Level irgendwie. Und man muss ja mal ein bisschen gucken, links und rechts, denn, tatsächlich gibt es hier immer ziemlich versteckte Sachen. Also hier, irgendwie da oben zum Beispiel, könnten da Sachen sein. Sonst geht es gleich hier weiter. Wupp, wupp. Ja, jetzt geht es mal her. A, A, auswählen. Au! Au! Da aber ist schon getroffen, wobei ich mich mal мол vor mir war. Irgendwann eine... Wow! Wow, der war knapp! Bär Bärberg-Log. Zack! Dankeschön. Und ja, da war ich zu lange noch nur einsam und vor. da gibt es Münzen, Münzen kann man durch irgendwelche Wände durchlaufen, das ist ein bisschen Strangers, kann man versuchen, genau, sowas meine ich, wuh, 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 eine Waffe, solche Sachen meine ich, mit versteckten Sachen, wo geht es denn hier hin noch, what the heck, oh, das ist glaube ich das Lebensengieplus oder sowas, also ihr seht schon, es ist ein bisschen sehr try and error, draufschießen hilft aber anscheinend, wenn man draufschieben dort durchschießen kann, dann geht das wohl durch, so, da würde ich gerne hochkommen, eigentlich aber dazu brauche ich irgendwie einen Doppelsprung oder sowas, nein, oh, oh, cool, da habe ich nur 60 Münzen bekommen, da war wieder schon so eine Wand, wo man durch konnte, ja, habe ich nicht mal direkt so wahrgenommen, jetzt kommt der Boss, vom ersten Bereich, Ah, schon tot, das geht ja schnell, wenn man die Waffe hat, irgendwas Rapid Mods, ich habe irgendeinen Rapid Mods jetzt eingesammelt für die Waffe, muss man schießschneller, ja, ich schießschneller, und zwar viel schneller, ich muss hier alles einsammeln, gib mir Stuff, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was diese Waffe hier darstellen soll, muss ich ehrlich mal sagen, mit meinem Armwerfer, geil, zerlegt, weiß ich, wie meine Lebensenergie steigert oder so, was ist denn das hier oben, so, hier Lebensenergie plus, Max Health plus, ah, sehr gut, ja, jetzt habe ich noch ein zweites, allerdings, okay, und hier geht es zum zweiten Level, Team 822, Total Time, Secrets 64, also ich habe noch Secrets übersehen, wie ihr seht, und ich weiß nicht ganz genau, warum ich eine Full-HD-Auflösung ausgewählt habe, und es ist nicht Full-HD, ich habe jetzt ein Fenster und das ist nicht voll ausgefüllt, also füllt mein Bildschirm nicht voll aus, naja, auch egal, die wäre wahrscheinlich echt ein bisschen overpowered zu sein, höh, höh, das steht da mitten in der Luft, wupp, wupp, wir könnten da weiterlaufen, okay, das ist ja interessant, bisschen rausfinden, wo ich hier irgendwie weiterkomme, also da haben wir das hier, das ist bestimmt irgendwas da, ich will nicht wofür, draufhalten, 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 ja, das ist nur welche, wir respawnieren, das ist unfair, respawn ist unfair, bin ich der Meinung, oh, hier, da, jump head plus, also jetzt kann ich überspringen, ja, ja, er geht sie da rein, wuhu, found the secret, man scheint, wirklich immer testen, die ganzen Wände, ich meine, hier war es jetzt ein bisschen so wie Tor, ne, da oben sieht man nichts, ich hätte auch schon ein item, wo ich extrem hoch springen konnte, wo ich dann hier in dem Raum zurück, weil er nach oben springen müssen, die Räume sind ungefähr gleich aus, völlig, äh, anlassen sie nicht, hm, das war ein Teleporter irgendwo hin, das erste Level, wow, wo ich Teleporter hab, coco, wow, 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 ist das, ist ja gemein, ich muss weiter rumspringen, weil wir so ein zwingli die Platten ab, und dann stehe ich in Lava beziehungsweise hier ist sogar Lava aber ich will hier das Ding haben da gehe ich mal in einen Damage-Tick ein sozusagen das war gemein so weg mit dir weg mit dir oh shit hoch 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 was zum münzen kaufen könnte ich mir jetzt ein altem kaufen glaube ich guck mal was hier sonst noch im Level ist au 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 das ist ja ein mieses Spawn hier Spawn ist direkt über mir in meinem Rücken das ist echt fies so was hab ich denn hier ist ja auch noch mal äh laufgeschwindigkeit plus wie ich das so sehe ah ok dann gehts weg ok speed plus hier sieht man aus nach Toren das ist wirklich hochkomme ok oh hu 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 wie eine Wand entdeckt und ein riesen Ding ich muss noch mal mit dem xp und hier gehts oh hier gehts hier runter ist hier ein Telefon ne das ist der Ausgang zum Boss komm ich nicht mehr zurück wie es scheint ne komm ich nicht mehr zurück den kenn ich jetzt noch nicht aber das war ein kurzer Boss die Waffe ist echt bisschen overpowered die ich da gefunden habe nice so was hab ich jetzt hier item press E pyroglastic jelly press E to use ok mach ich jetzt mal nicht weil das sind irgendwie Pseudo Gegner die machen nicht wirklich was so batch Leben plus max health plus ok gibts auf gehts wieder weiter new perk fire force ok jetzt hab ich irgendwas freigeschallt weil ich so weit gekommen bin stück ich schon 27% oh da hab ich ja gar nichts gefunden battlements paar zwei minuten also die meisten leute schaffen wir in zwei minuten den durchfahren durch das level hier aber hier ist hier schon mal auf jeden Fall nicht hinkriegen beim ersten mal weil ich keine Ahnung hab was ich machen soll oh was ist das zu lassen hoch 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 schießen colour auf mich und dann ho Chance guck seamless ist gut browsers oder pf dass immer treasures gust beijing Lebensenergie Lebensenergie Gib mir mehr Lebensenergie Ich brauch doch mehr Lebensenergie Oh Wuhuuu Ich bin außerhalb Eisen Charge Rate Ich könnte jetzt hier runter springen, aber ich glaube es bringt mir nix Ich geh mal lieber im Level weiter